Dinara, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Sieg bei dieser Team-EM und hoffentlich, wenn alles gut läuft, heute auch ein ganz, ganz wichtiger. Wie hast du deine Partie erlebt? Ich bin sehr glücklich mit meiner Partie. Ich denke, ich habe sehr gut gespielt und viel Druck gemacht für meine Gegnerin. Und das war auch meine Lieblingseröffnung, katalanisch. Also das war alles super. Das war jetzt die erste Runde nach dem Ruhetag, der gestern war. Wie wichtig war das? Du hattest in Grand Suisse hinter dir elf lange Runden mit extra langer Bedenkzeit auch. Jetzt fünf Runden bei der Team-EM. Hat das richtig gut getan, gestern mal einen Ruhetag zu haben? Ja, das ist sehr wichtig für mich, nochmal einen Ruhetag zu bekommen, weil ich fühle mich noch müde nach Grand Suisse und dem Europapokal. Aber das war sehr schön. Wir sind zusammen mit unserer Mannschaft nach Pudewa gegangen und gut gegessen, gut geschlafen. Also Ruhetag ist immer wichtig. Wie habt ihr ansonsten den Ruhetag verbracht? Gibt es eigentlich irgendwas, was ihr als Team gemeinsam gemacht habt? Oder was ihr neben Vorbereitung und dem Schachlichen auch gemeinsam als Mannschaftsfilm macht? Oder wie verbringt ihr die Tage zusammen? Ja, wir haben wie immer Karten gespielt am Abend nach dem Abendsessen. Und ja, das machen wir normalerweise nach der Partie. Ihr spielt jeden Abend zusammen Karten als Team? Ja. Was wird da gespielt? Hanabi. Es ist ein Team-Building-Spiel. Also wir versuchen etwas zu spielen, das nicht sehr konkurrent ist. Ja, das klingt schön. Dann will ich dich gar nicht länger in Anspruch nehmen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg und hoffentlich dann auch zum Mannschaftssieg, wenn alles gut geht. Vielen Dank. Dieter, danke, dass du zu uns zum Interview gekommen bist. 2-2 gegen Deutschland mit einem rumänischen Team. Du hast gegen Dimitri Kollas gewonnen. Magst du uns einmal erzählen, was dir bei diesem Kampf alles durch den Kopf ging? Ja, das war alles andere als einfach. Zum Ersten wollte ich hier gar nicht spielen, aber das ging nicht. Die jungen Leute in Rumänien sind nicht so stark wie die Deutschen. Und ich musste dann, ich arbeite jetzt als Trainer meistens. Und ich hatte auch ein sehr verdammt schweres privates Jahr. Und dann wollte ich nicht unbedingt spielen. Und heute auf keinen Fall wollte ich spielen. Das ist klar. Aber es wurde so entschieden und man kann ja nichts machen, leider. Gut, jetzt hat es zum 2-2 gereicht. Das ist natürlich. Aber dieses Gewinn, ich freue mich gar nicht. Das ist ganz komisch. Ja, das ist glaube ich auch besonders. Ich meine, mit fast allen von den Jungs warst du ja letztes Jahr noch bei der Schach-Olympiade. Du meintest, am Anfang der Partie hast du das auch richtig gespürt? Wie war das? Vielleicht magst du das einmal? Es war mir sehr, sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Aber man kann ja nicht Remis schieben und dann muss man einfach spielen. Letztendlich ist es einfach Sport und okay, man muss spielen, wo man kann. Du hast ja gegen Dimitri eine lange interessante Partie gespielt. Vielleicht kannst du uns dazu zwei, drei Worte sagen? Ich glaube, die Partie war ausgeglichen im Ganzen. Aber irgendwie im Endspiel hat er ein paar Fehler gemacht und nach Springer B7 habe ich nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er noch eine Rettung. Ich glaube, statt Dame C2, dort Springer D4 war noch ein Zug, der trickreich. Ich hatte es eigentlich von Dimitri erwartet, aber ich fühlte, dass er schon quasi aufgegeben hat. Und dann am Ende hat er noch gekämpft. Ja, und ich habe noch nicht präzise gespielt und das war fast noch versaut. Aber okay, die Stellung war zu gewonnen, einfach zum Glück. Am Ende 2 zu 2 können bestimmt alle Seiten gut mitleben. Vielleicht noch zu eurer Zielsetzung. Ihr seid ja wirklich ein starkes Team jetzt in Rumänien. Da ist, glaube ich, auch einiges mit Bewegung im Schach. Mit welchem Ziel seid ihr, ist eure Mannschaft hier zu dem Turnier gekommen? Na klar, die wollen alle, dass wir gewinnen. Für mich ist das unklar, weil wir letztes Board, Lupulescu und ich, sind wir nicht so stark jetzt. Nicht gut in Form eigentlich. Wir können ja spielen. Wir haben beide Bretteins für die Nationalmannschaft gespielt, viele Jahre. Aber ja, mit so einem Bretteins ist es wirklich schwer, das Turnier zu gewinnen. Aber Chancen gibt es auf jeden Fall. Darf ich dir noch eine letzte Frage vielleicht zum rumänischen Schach stellen? Ihr habt jetzt viele neue Leute dazu bekommen. Es wird irgendwie auch viel investiert, hat man von außen den Eindruck. Magst du uns vielleicht so ein bisschen erklären, was da gerade alles in Bewegung ist? Wir haben jetzt diesen neuen Sponsor, das Superbet und nicht nur Superbet. Es gibt noch ein One United, das steht auch auf unserem Saco. Und die unterstützen Schach wirklich sehr. Und okay, außer der Nationalmannschaft auch Junioren und die Jugend wird unterstützt. Man hat ja schon gesehen, bei der EM haben wir ein paar Medaillen gekriegt. Das ist sehr schön. Und es gibt viele Trainer. Es ist Ramesch arbeitet auch mit den Jungs. Ramesch, Sokolov, Rista noch. Es gibt noch ein paar Sterne. Ich werde auch mit ein paar Jungs arbeiten. Also okay. Es wird sehr, sehr unterstützt jetzt den Rumänen. Das klingt toll und aufregend. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Und war schön, dich wiederzusehen, Dieter. Und alles Gute weiter fürs Turnier. Danke, danke schön. Euch auch. Ich drücke euch die Daumen. Danke sehr. Josefina Heinemann. Sieg zweieinhalb gewonnen. Was geht dir durch den Kopf? Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Also ich dachte, ich probiere es mal noch 50 Züge mit Turm gegen Springer. Aber es hat nur so drei gedauert. Ja, ich habe es nicht kommen sehen. Aber ich bin natürlich sehr glücklich, dass das auch vor allem den Landschaftssieg eingebracht hat. Ich habe so ein bisschen zugeschaut zwischendurch. Ich habe auch mal meine Bilder gemacht. Da habe ich den Eindruck, dass du tatsächlich ziemlich unzufrieden zwischendurch wirktest. Woran lag das? Ja, ich dachte, dass meine Stellung nach der Eröffnung sehr aussichtsreich war. Aber dann sind wir irgendwie in so einem Turmentspiel gelandet, was ich dann ja nicht mehr so ausrichtsreich fand. Und später im Turmentspiel dachte ich wieder, ich habe gute Chancen. Und wie Juri mir mitgeteilt hat, habe ich wohl auch einen ziemlich trivialen Gewinn verpasst. Aber ja, dann war es halt irgendwie Remi. Nur sie hat es nicht verstanden. Ja, ich meine, jetzt ist es dir gelungen, ein im Prinzip ziemlich ausgeglichenes, an einigen Stellen auch manchmal ein bisschen trockenes Turmentspiel noch in einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu verwandeln. Und du hast jetzt fünf aus sechs Punkte bei dieser EM. Ein hervorragendes Ergebnis. Woran liegt es, dass es so gut bei dir läuft gerade? Also heute war einfach Glück. Davor die Runden habe ich insgesamt auch gut gespielt. Aber heute hat es ja einfach schon sehr geholfen. Also es hilft auf jeden Fall, dass die Vorbereitung wirklich in jeder Partie klappt. Das ist bei mir sonst tatsächlich nicht so. Aber hier klappt alles super. Und da helfen unsere Trainer natürlich auch sehr. Jetzt war das heute ein weiterer Sieg bei dir. Die Nara hat ihren ersten Sieg im Turnier eingefahren. Ihr konntet das Wettmachen, dass es bei Elli heute nicht so lief. Und habt euch jetzt wieder an die Spitze herangekämpft. Glaubst du jetzt mit dem Ruhetag, den ihr hattet, wo glaube ich auch ein bisschen wichtige Erholung mit dabei war und dem Ergebnis im Rücken, dass ihr mit viel Selbstbewusstsein in das nächste Match reingehen könnt? Das hoffe ich doch. Also ich denke, wir freuen uns auf jeden Fall auf die weiteren Matches. Und heute Abend werden wir erst mal glücklich sein, dass wir gewonnen haben. Wie hast du eigentlich deinen Ruhetag gestern verbracht? Wir waren mit fast der gesamten Mannschaft zu Fuß in Budwa. Haben da Mittag gegessen, um mal ein bisschen Abwechslung vom Hotelessen zu bekommen und sind dann wieder zurück. Und nachmittags habe ich ein kleines bisschen vorbereitet. Aber ansonsten habe ich mich hauptsächlich ausgeruht, ein paar E-Mails beantwortet und sowas. Vielleicht eine kurze Frage, weil wir darüber noch so gar nicht mit irgendwem hier gesprochen haben. Wir sind hier in Budwa in Montenegro. Gestern habt ihr die Gelegenheit genutzt, euch so ein bisschen umzuschauen. Wie findest du es hier in Budwa in Montenegro? Also grundsätzlich ist es hier sehr schön. Das Wetter ist auch für November traumhaft. Es ist ein bisschen schade, dass es recht viel regnet. Aber gestern zum Beispiel war auch den ganzen Tag strahlenblauer Himmel. Das war natürlich sehr glücklich am freien Tag. Und ja, ansonsten ist es hier sehr schön. Es ist recht warm. Man kann schön am Meer spazieren gehen. Es ist perfekt. Okay. Dann danke ich dir und wünsche dir weiterhin so erfolgreiche EM wie bisher. Dankeschön.